Dann haben wir wohl keine Wahl, enthauptet sie Meister Suwon. Bringt sie für immer zum schweigen. Suwon? Eshtes! Wir dürfen kein Aufsehen erregen! Ergreift sie bitte! Ja! Wer? Nur wer würde so etwas Abscheuliches tun? Diese Person, die meinen Vater tötete und jetzt mich töten möchte, das ist nicht Suwon! Die Person, die ich über alles liebe, das ist nicht mein geliebter Suwon! Das ist er nicht! Ah! Macht euch gefasst, Prinzessin! Das ist für das Königreich Koka! Werde ich etwa so sehr gehasst von ihm? Seit wir klein waren, habe ich ihn schon immer aus tiefstem Herzen geliebt. Viel habe ich nicht verlangt. Aber solange ich Suwans Lächeln betrachtete, war ich glücklich. Suwon! Ich dachte zuerst, weil Meister Suwon ja hier ist, müsste ich mich ja eigentlich nicht einmischen, oder? Die Garde, die eigentlich wache halten sollte, ist hier versammelt. Und auch sehe ich Menschen, die ich nicht kenne. Darf man fragen, was hier gerade passiert ist? Also was ist Meister Suwon? Huck! Entschuldigt, dass ich eure Seite verließ, Prinzessin Yona. Huck! Huck! Bist du auf meiner Seite? Der König befahl mir, dich mit meinem Leben zu beschützen. Was auch passiert, ich werde dem Befehlen des Königs stets Folge leisten!